Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Traderinnen und Trader, an diesem wunderbaren Dienstag nach dem meiner Meinung nach krassen Montag. Wir schauen da gleich mal drauf, warum ich das so sage. Zuvor willkommen an alle, die hier auch live zuschauen, Fernando, Rolf, Lüttger. Ich wünsche allen einen guten, entspannten Dienstag und lade jeden, der hier auch zuschaut, ein, wenn Sie eine Frage haben zu einem Chart, zu einem Symbol oder zu einem der Dinge, die ich hier erzähle, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie ruhig die Fragen hier direkt im Chat auf GoToWebinar oder auch im Facebook und dann können wir direkt hier in die Märkte reinschauen und Ihre Fragen auch direkt beantworten. Holger, auch von meiner Seite aus einen schönen guten Morgen. Schauen wir zuerst auf den Risikohinweis, der ist obligatorisch, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Diesen Risikohinweis bitte ich hier an dieser Stelle in Vollständigkeit auch zur Kenntnis zu nehmen und damit wollen wir heute hier auch gar nicht so viel Zeit mit der Vorrede verlieren, sondern wir starten mal, bevor wir hier in die Tagesvorschau reingehen, kurz mit einem Chart, den ich gestern mit Ihnen, gestern Morgen hier an der Stelle besprochen hatte. Und zwar war das der Chart vom Dow Jones 30, der US-Index, den hatte ich gestern als Handelsidee mit hier im Boot. Wir haben das Ganze gestern besprochen und da sagte ich, wenn wir mal ganz kurz noch in den Tageschart reinschauen, ich will ihn mal ganz kurz beleuchten, ich hoffe, dass wir das jetzt so hinkriegen. Schaut mal, gestern sah der Markt hier so aus. Ich mache das mal kurz etwas größer, damit wir das Ganze gut sehen können. Jetzt muss ich nur an die richtige Stelle spulen. Hier der Jahresverlauf. So, zack, dann ging es ordentlich nach unten. So, dann hatten wir nochmal den Aufweg hier. Dann wurde dieser Abwärtstrend hier mit dieser starken dynamischen Aufwärtsbewegung gebrochen. Dann kam die Korrektur hier schön in diesem Kanal nach unten hin. Und dann lief der Markt hier entsprechend Stück für Stück nach oben. Und dann waren wir hier halt an der Stelle, wo wir von unten her gesehen haben, hier könnte es jetzt tatsächlich soweit sein, dass wir eine Umkehr bekommen. Wir hatten hier schön dieses Umkehrsignal in der letzten Woche. Das Ganze noch bestätigt durch einen sogenannten Follow-Fru-Day. Das heißt, der Markt hat hier wirklich richtig schön was vorbereitet. Ja, und das konnten wir auch sehr, sehr schön in der Stunde sehen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, wir wissen zwar, wie der Chartverlauf ausschaut, aber was ich hier an dieser Stelle mit einfach mal zeigen möchte, ist, wie wichtig das ist, dass wir hier unsere Handelsideen entsprechend auch mit vorbereiten. Kurzen Augenblick, da muss ich auch erst mal wieder live gehen hier an dieser Stelle. So, hier, das ist jetzt mal der Stundenchart. Und den hatten wir gestern Morgen hier an dieser Stelle, wo wir gesagt haben, gut, jetzt haben wir hier den Aufwärtstrend nach oben laufen. Hier sind wir reingelaufen in diesen Widerstandsbereich, hier um die Marke. Was haben wir da gehabt? 25.500, knapp 600 Punkte hier oben drüber. Also hier oben war das Top sozusagen. Hier war der Widerstandsbereich, das ist er auch immer noch. Und da war einfach die Idee zu sagen, gut, wenn wir jetzt diesen Follow-Fru-Day haben und diese positive Dynamik setzt sich nach oben hin fort, dann nimmt der Markt an dieser Stelle wahr, was viele, viele Händler entsprechend auch sich vorstellen können. Zum Thema auch Jahresendrallye, das Thema ist ja immer wieder präsent in den Medien. Und wir müssen es auch immer wieder, Servus Heiko, wir müssen es auch immer wieder hier beleuchten, weil das ist tatsächlich eine der Strategien, die hier noch loslaufen können. Nicht müssen, aber können, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Heißt also hier, Fortsetzung nach oben, hätte ausgeschaut, dass wir hier oben drüber gingen. Was ist gestern passiert? Nichts. In dem Moment, in dem die US-Märkte in den Handel reingegangen sind, ab ging der Markt runter und Ende all der Ende. Alles kaputt gemacht. All das, was wir hier in den letzten zwei Handelstagen aufgebaut hatten, hat der Montag hier in einem Rutsch im US-Handel, wo die Märkte reingekommen sind, kaputt gemacht. Da unten liegt er jetzt. Jetzt steht halt hier im Dow Jones oder generell in den US-Märkten, wenn wir uns das Bild hier einfach mal anschauen, die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Ist das einfach nur ein Shake-out gewesen? Unruhige Hände raus und wir sammeln uns und laufen jetzt wieder nach oben. Das heißt, wir warten hier unten ab. Also wir machen ein höheres Tief an dieser Stelle trotzdem noch. Aber nicht jetzt, sondern ein bisschen später. Oder rutscht der Markt komplett durch? Das weiß jetzt keiner. Auf alle Fälle, das, was uns der Markt oder mir persönlich der Markt gestern gesagt hat, war einfach die Situation, dass hier der Markt einfach noch nicht reif ist, nach oben zu laufen. Wir haben ja das Thema Handelsabkommen mit China. Das scheint jetzt wieder ein bisschen in die weitere Ferne gerückt zu sein. Vielleicht lag es da dran. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe jetzt keine Zeit da aufgewendet, nach einem Grund zu suchen, warum es nach unten ging. Die hat mir einfach gefehlt für die anderen Dinge, die ich im Trading auf der Uhr habe. Von der Seite rein technisch gesehen, es ist ein starkes Zeichen vom Markt, dass er einfach gesagt hat, jetzt noch nicht. Spannend wird es hier unten. Wie es hier unten losgeht, gehen wir unter die 24.800 Punkte Marke drunter. Oder aber nimmt der Markt hier sozusagen das Herz in die Hand und dreht nach oben. Das wird sich zeigen. Eins gilt es hier noch zu beachten. Wir haben verkürzte Handelswoche. Das heißt, gestern und heute sind ganz reguläre Handelstage. Ich gehe mal ziemlich stark davon aus, dass der Mittwoch sein wird wie jedes Jahr. Ein Tag, wo die Händler sich langsam in den Urlaubsmodus begeben. Donnerstag ist frei. Freitag ist auch verkürzter Handel. Also ab morgen läuft an den US-Märkten quasi nichts mehr. Da sind die Händler weg, da ist das große Geld weg. Da ist sozusagen die Jungs, die sagen, wo es lang geht, die fehlen am Markt. Und das kann man dann in den Indizes auch merken. Das kann sich positiv oder negativ auswerten, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist einfach eins, die große Marktmeinung, der Handel in den USA. Da ist für diese Woche quasi mehr oder weniger am heutigen Nachmittag entsprechend durch, wenn wir uns hier auf Seiten der Indizes mal hinsetzen. Also das mal zum US-30 und dann würde ich sagen, schauen wir mal in die heutige Tagesvorbereitung rein. Was sind wichtige Nachrichten? Wir bekommen heute die Baugenehmigung für den Monat Oktober um 14.30 Uhr aus den USA. Jetzt haben wir hier die Erzeugerpreise gehabt. Da muss ich auch gleich mal noch nachschauen. Das möchte ich Ihnen hier direkt auch liefern, wie die Erzeugerpreise gewesen sind bei uns in Deutschland. Das ist ja immer ein wichtiger Fakt. Ich schaue gerade mal, weil ich hier nach oben schaue, in meine Nachrichten rein, was hier an aktuellen Zahlen gekommen ist. Und zwar sind diese Erzeugerpreise halt insofern wichtig, dass man sagt, wie entwickelt sich denn der Preisdruck, das Thema auch Inflation im Allgemeinen. Und da sehen wir halt, wenn die Erzeugerpreise beispielsweise sehr stark ansteigen, das geht dann auf die Kostenseite. Das kann zum einen die Inflation erhöhen, wenn die die Möglichkeiten haben, die Preise auch direkt an die Kunden weiterzugeben. Gibt es das nicht? Wirkt sich das Ganze möglicherweise negativ auf die Margen entsprechend der Erzeuger aus? Also da gibt es einige Dinge, die wir hier an dieser Stelle in diesen Zahlen auch lesen können und wo der Markt entsprechend auch mit drauf reagieren kann. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz in die Zahlen rein. Wir haben, jetzt muss ich kurz schauen, die Erzeugerpreise hier drinnen. So, hoppala, ich mache das mal kurz groß, dass ich mehr sehen kann. Oder ich hole es einfach mal runter. Die Erzeugerpreise, so, hier haben wir sie ganz oben stehen. Ich hole sie mal runter für Sie. So, hier sind die Erzeugerpreise im aktuellen Wert. Prognose waren 0,3. Aktuell sind es 0,3. Das heißt hier Prognose entsprechend getroffen. Das also dazu. Was gibt es noch? Wir bekommen heute um 10 Uhr wieder mal eine Pressekonferenz der OPEC. Heute ist auch wieder Tag, wo wir Informationen vom EU-Finanzministertreffen bekommen können. Dann gibt es hier noch im Nachmittag im Zusammenhang mit den Baugenehmigungen die Wohnungsbaubeginner in den USA. Am 16 Uhr spricht Bundesbankpräsident Weidmann. Auch das kann immer mal Bewegung in die Märkte bringen. Gerade jetzt im Bereich des Euros, also unserer Leitwährung, kann das hier durchaus zur ein oder anderen, ich will jetzt nicht sagen Verwerfung, aber zur Bewegung mit sorgen. Und das sollten wir hier entsprechend auch mit auf der Uhr haben. Um 22.30 Uhr, also deutlich nach unserer Handelszeit, haben wir dann noch ein paar Informationen zum API-Rohöl-Lagerbestand. Also soweit zu den entsprechenden Nachrichten, die wichtigsten Nachrichten hier und heute aus den USA und Europa. Schauen wir dann in die aktuellen Handelsideen. Vorbereitet habe ich für Sie, falls Sie es im Chat noch nicht, äh im Chat, sage ich im Blog noch nicht gelesen haben. Es geht um Schweizer Franken, japanischer Yen, euro-britischer Fund und US-Dollar, japanischer Yen. Und damit gehen wir dann gleich rein in die entsprechenden Charts hier. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Dollar-Yen. Den hatten wir schon ein paar Mal miteinander besprochen. Er hat eine schöne Dynamik gemacht nach oben, hat auch ein paar schöne Marken abgeräumt, die wir hier in der Vorausplanung auch auf der Uhr hatten. Und nun, ja, nun dreht sich das Bild halt so ein kleines bisschen um. Sie sehen es hier, ich habe es für Sie schon einmal markiert. Wir hatten den schönen Aufwärtstrend. Hier unten hatten wir das Korrektortief, dieses grün markierten Trends bei 112,558. Das war das Tief. Und hier, Sie sehen selbst schon, was gestern passiert ist. Aus rein technischer Sicht ist dieser Trend jetzt definitiv erst einmal ordentlich angeknackst. Das Tief wurde unterschritten. Jetzt kommt es hier an dieser Stelle darauf an, was der Markt hier entsprechend macht. Das heißt, laufen wir weiter runter. Dann setzt sich diese trendbrechende Bewegung erst einmal fort. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier das Tagestief um die 112,296. Beziehungsweise, wenn wir da noch ein Stückchen nach unten schauen, dann haben wir hier diesen Support-Bereich. Ich habe den mal hier weit eingezeichnet, über den Daumen, um die 111,719. Das ist ein Bereich, da sind wir immer mal reingelaufen. Und da hat der Markt wieder Stärke bekommen. Hier haben wir Support gehabt. Hier ging es wieder kräftig nach oben. Und dann hat sich auch dieser Aufwärtstrend gebildet. Also das ist ein Bereich, da haben die Marktteilnehmer schon das ein oder andere Mal hier das Ganze in die Hand genommen und nach oben mit begleitet. Das heißt, das ist hier der große Support-Bereich auf der Unterseite. Dazu kommt es dann zur Trendfortsetzung nach unten. Was hier an dieser Stelle natürlich auch passieren kann, und das ist halt häufig, gerade auch im Währungsbereich der Fall, dass wir erst einmal drunter gelaufen sind, aber dieser Support-Bereich doch ein Stückchen Unterstützung gibt und der Markt hier einfach wieder nach oben mit dreht. Wenn er das einfach so tut, dann haben wir hier erst einmal das Tageshoch von gestern, wo wir ranlaufen sollten und was der Markt überschreiten sollte, wenn er deutlich auch wieder nach oben möchte. Also wenn er die Vortrend-Richtung wieder aufnehmen möchte. Das wäre die Marke von 112.875 und dann geht es hier oben weiter. Die Marke hier ist sehr, sehr weit weg und wenn wir uns das Ganze im Stundentrend anschauen, dann sehen wir tatsächlich, da ist nicht wirklich viel dazwischen. Gut, hier eine kleine Bewegungstrend, da könnte man hier die ein oder andere Marke nehmen für eine Zielbestimmung, für einen Trade, aber ansonsten ist halt einfach der Weg bis dahin offen. Und das sind halt die Marken, die wir hier liegen haben. Tageshoch, dann hier Trendkorrekturhoch im Abwärtstrend. Hier oben liegen dann die nächsten Marken und dann sind wir schon wieder oben am aktuellen Widerstandsbereich. Das heißt, das wäre dann die Ecke, wenn wir oben auch mit drauf laufen. Wenn wir uns die Unterseite anschauen, dann haben wir hier auch wieder den Trendverlauf. Hier sehen Sie mal das eine Tageslicht, die tief liegen. Etwas tiefer ist das Korrekturtief hier von diesem ersten kleinen Aufwärtstrend, den wir hier geschaffen haben. Das ist die erste Bewegung sozusagen dargestellt haben, die dann nach der Korrektur zur Trendbildung weitergereicht wurde. Das sind Anlaufpunkte nach unten. Also hier ist momentan ein relativ enges Zusammenspiel. Hier kommt es halt wirklich darauf an, was macht dieser Abwärtstrend jetzt hier an dieser Stelle. Wenn man mal das Ganze sieht im Kleinen, ich zoome das mal kurz etwas näher ran, wenn man mal den kleinen letzten Schub sieht, sieht man, okay, da ist jetzt erstmal ein Ende da. Das heißt, hier wackelt der Markt innerhalb des Supports ein wenig hin und her. Wenn es hier weiter nach oben geht, wäre das erste Mal Korrektur dieses letzten Abwärtsschubs hier. Laufen wir dann hier oben drüber. Das wäre dann wirklich das Zeichen, dass dieser Trend hier gebrochen ist und wir ein Stück weit nach oben in den Markt hineinlaufen können. Das zum US-Dollar, japanischer Yen. Und damit gehen wir in den nächsten Markt rein. Hier vorbereitet für Sie Euro-Britischer Fund. Auch das hier einfach STRG und M drücken. Schon kommen Sie in das Menü für die Marktübersicht hinein und dann schiebe ich gleich mal den Euro-Britischen Fund rüber in den Chart an sich. Sie sehen, wie einfach das geht und wie gut Sie auch hier mit dem Stereo-Trader arbeiten können. Hier drüben schön die Kaufleiste und Verkaufleiste. Hier alles nochmal in Übersicht über die einzelnen Trade-Möglichkeiten, die Sie haben. Stop-Loss, Take-Profit, alles diese Dinge. Also wer da mehr wissen will, einfach mal auf der Website von Tickme vorbeischauen. Da gibt es alle Informationen. Nun mal hier zurück in den Chart hinein. Wir sehen einen hervorragend laufenden Abwärtstrend, der äußerst tief korrigiert ist. Und das ist ein Verhalten, das wir innerhalb dieser Währung momentan sehr, sehr häufig sehen. Das heißt, das ist mehr oder weniger Normalität, dass der Markt tief in die Korrekturen reingeht. Wir sehen das hier tief reingegangen, hier weit reingelaufen in die Korrektur. Jetzt hier ebenfalls wieder sehr, sehr, sehr weit reingegangen in die Korrektur. Das Einzige, was diesmal hier in dieser Bewegung etwas anders war, war die Tatsache, dass dieser Korrekturverlauf und dieser Korrekturverlauf mehr oder weniger hier unten nochmal drangesetzt werden konnte. Also wenn man beispielsweise mal diesen Wert hier nimmt von oben nach unten, das Ganze zu sehen und dann dieses Fenster an dieser Stelle mal unten ransetzt, dann sehen Sie, dass da doch ein ganzes Stückchen von dem Potenzial, was oben rauskam, nach unten abgearbeitet wurde. Hier entsprechend ähnliche Sachen. Hier haben wir das mal in diesem Maßstab gehabt. Da sehen Sie auch wieder sehr, sehr viel von dem Potenzial, was oben in die Korrektur reinlieft, wurde unten wieder rausgegeben. Hier aktuell ist das definitiv nicht so. Das sehen wir mal hier, wenn wir das mal schauen, da brauche ich gar nicht nach unten rutschen. Das war die letzte Bewegung hier in diesem Bereich und da kam einfach kaum noch was. Das könnte so ein bisschen ein Zeichen sein, dass der Trend sich etwas abschwächt, aber das ist wirklich, wie schon gesagt, nur könnte. Wir wollen uns hier wirklich an den Fakten am Markt einmal sozusagen heranarbeiten und da sehen wir einfach aus technischer Sicht eine sehr, sehr tief gelaufene Korrektur und jetzt kommt es darauf an, wie sich der Markt weiterverhält. Wir haben hier gestern im Bereich dieses Tageshochs, beziehungsweise hier sehr, sehr nah am aktuellen Korrekturhoch, eine Umkehr gesehen. Das heißt, gestern ist der Markt zwar mal oben reingelaufen, hat aber wieder rumgedreht und jetzt kommt es wirklich darauf an. Findet der Markt die Stärke, also das heißt, hier unten hatten wir ja diesen nahen Support, das heißt, hier kam nicht mehr wirklich viel unten raus und wenn der Markt jetzt hier an dieser Stelle sagt, okay, wir drehen hier rum, die Käufer bleiben hier am Ball und sorgen einfach für einen Nachfrageüberhang, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass wir hier diesen Trend oben rausnehmen, dass wir mal über dieses Hoch rauslaufen. Das heißt, hier sollte dieses Szenario gespielt werden und diese Wahnsinnsstärke, die wir hier in den letzten Tagen hatten, sich fortsetzen. Dann haben wir die Situation hier, Tageshoch von gestern bei, wo war es? 0,89, was ist, jetzt muss ich mal näher ranrutschen, 3, 2, 4. Der Kontrast mit dem Rot gefällt mir immer nicht so gut, aber das kann ich leider nicht ändern. Und dann laufen wir hier oben drüber über das Level bei 0,89, 3, 9, 2. Das wäre der Markt, wenn wir es drüber schaffen, dann liegt hier entsprechend in diesem Bereich schon das nächste Hoch bei 0,89, 4, 6, 1, beziehungsweise dann hier oben an diesem Tageshoch, was wir hier bei dieser Kerze haben und das liegt eben hoch bei 0,89, 7, 5, 1. Also das sind mal Anlaufpunkte, die dann hier in den Raum reinkommen können, wenn wir entsprechend über diesen Widerstand oben drüber laufen. Ansonsten müssen wir nach unten schauen. Da haben wir erst einmal das Tagestief von gestern bei 0,88, 6, 7, 0 und hier das Tagestief von vorgestern entsprechend bei 0,88, 2, 3, 8. Also das mal nach unten hin. Wer hier etwas mehr Klarheit haben möchte, macht das so, wie ich das auch immer mache oder kann das so machen, wie ich das mache. Ich schaue mir bei sowas gerne mal den Stundentrend an und wir sehen einfach hier einen sehr intakten Stundentrend, der gestern erst einmal einfach nur hier oben angefangen hat durchzuarbeiten. Hier gab es einen großen Schub nach oben, zack, und dann hier, zack, nach unten Korrektur. Und jetzt kommt es darauf an, was der Markt hier entsprechend macht. Läuft er drüber, das wäre Trendfortsetzung. Das ist dann das Spiel, dass man sagt, hier oben läuft der Markt in die nächsten Marken rein. Das wäre Nummer 1. Bekommen wir aber möglicherweise ein tieferes Hoch, das wäre das erste Zeichen, dass wir sagen, okay, der Markt dreht hier tatsächlich oben rum und fängt an, nach unten zu laufen. Tieferes Hoch heißt, der Markt kriegt Verkaufsdruck, da oben finden sich keine Käufer mehr. Das wäre das erste Zeichen, dass wir uns eher vielleicht so ein kleines bisschen zur Unterseite mit orientieren. Und das wäre dann ein Anzeichen für die Umfrage, die Umkehr der Nachfrage. Und das wäre dann, wenn das sich fortsetzt, der Beginn der Bewegung zur Unterseite hin. Und da schauen wir dann auf die Werte, die hier unten mit drauf liegen. Also das zur aktuellen Situation im euro-britischen Fund. Und dann schauen wir uns hier gemeinsam noch den Chart vom Schweizer Franken-japanischen Yen an. Und dann hier ein Markt, der auch interessanterweise schön aus dieser Korrekturflagge hier ausgebrochen ist. Was ich hier an diesem Chart jetzt aktuell sehr, sehr interessant finde, ist zum einen, hier hatten wir zweimal in Folge, ich mache das mal kurz etwas größer für Sie, wir hatten hier zweimal in Folge wirklich sehr, sehr starke bullische Kerzen. Hier haben wir das Korrekturmuster in diesem Abwärtstrendkanal gehabt. Hier die erste Stärke, nach oben gekauft, schönes Doji. Hier ein Follow-through-Day, schön stark nach oben gekauft. Jetzt läuft der Markt schon weiter nach oben. Hier kommt es jetzt halt darauf an, was machen wir? Was macht der Markt an diesem Hoch hier bei 113,580, beziehungsweise wie verhält er sich in diesem Hochpunkt bei dieser Bewegung, die hier über diesen Hochbereich hier drüben drüber gelaufen ist, bei 113,755. Setzt sich das ganze Teil hier fort, dann haben wir etwas, das finde ich immer sehr, sehr schön, das ist ein früher Aufwärtstrend, den wir hier haben, also ein junger, nicht früh, sondern ein junger. Und Aufwärtstrends oder Trends an sich, wenn sie sich fortsetzen, sind ja immer am besten dann zu handeln, wenn sie entstehen. Das heißt, da kann man das meiste Potenzial aus so einem Trend rausziehen. Und wenn wir tatsächlich hier oben drüber laufen, dann bildet sich hier dieser Aufwärtstrend und der hat dann das Potenzial halt, sich Stück für Stück nach oben fortzusetzen. Und wir haben dann ja hier einige Tageshochs auch aneinander stehen, wo der Markt schön Stück für Stück mit Geduld nach oben reinlaufen kann. Dazu braucht man natürlich die Käuferseite, das ist völlig klar. Aber wir haben jetzt hier erst einmal das Potenzial da, dass das passiert. Fällt der Markt doch um? Ja, gut, dann ist dieses Szenario definitiv hinfällig. Dann müssen wir uns erst einmal wieder nach unten hin orientieren. Dann wäre das hier im großen Bild, was wir jetzt hier sehen, also hier der starke Schub nach unten, der hier diesen Trendschub nach oben mit rausgenommen hat. Wenn wir uns das mal angucken, im Großen, dann wäre das jetzt hier erst einmal nur eine Korrektur in diesem Bereich gewesen. Und dann könnten wir ohne weiteres noch tiefer laufen. Hier in diesem Bereich hier unter die Marke von 111, 8, 2, 8. Wichtig ist, wenn wir uns das Ganze dann mal im längeren Zeitfristraum im Wochenstart auch anschauen. Hier, wenn wir uns das mal anschauen, wir sind hier innerhalb von diesem Aufwärtstrend unterwegs momentan auf Wochensicht, der hier unten sein Korrektortief gehabt hat, hier unten, da und dann ist er halt schön weit nach oben gelaufen. Also hier fließt so ein bisschen was an Trendgrößen zusammen, was man im großen Bild immer mal mit im Auge sozusagen haben sollte und hier an dieser Stelle, ja, eventuell durch dieses große Bild einfach noch tiefer korrigieren kann und dann unten rumdrehen. Oder wir sehen hier schon das Ende der Korrektur, haben hier sozusagen ein zweites Hoch und dann läuft der Markt nach oben. Also hier von der Seite schaue ich mir gerne auch mal das übergeordnete Bild an. Also stelle mich quasi mal oben auf den Berg und schaue, was alles noch so ringsherum passiert. Und das ist jetzt mal hier der Blick in die Woche gewesen. Aber uns interessiert jetzt an dieser Stelle erst einmal der Tag. Der Tag heißt an dieser Stelle schöne Stärke reingekommen, setzt sich fort. Und wenn es dann hier den Aufwärtstrend wieder gibt, das wäre dann wirklich ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass sich die Geschichte in der Woche nach oben hin fortsetzt. Und dann sehen wir halt die Potenziale, die hier laufen mittelfristig. Wenn das wirklich so läuft, wie das Ganze in einem normalen Trend geht, dann haben wir schon die Chance hier oben die 118.170 anzulaufen. Aber ob das mal so kommen wird, es weiß keiner nur. Wir traden ja immer Wahrscheinlichkeiten. Und wir können halt hier das wahrscheinliche Bild machen. Wenn hier ein Trend entsteht, dann hat er die Chance, da oben reinzulaufen. Wichtig ist, dass wir uns hier an den Stellen richtig positionieren. Das mal die Dinge im Schweizer-Franken-Japanischen Yen. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz im Tages- bzw. im Chat hier im GoToWebinar und auf Facebook nach, ob es noch Fragen gibt. Fernando fragt, ist der euro-britische Fund nicht auch abhängig vom Euro-US-Dollar? Also, meiner Erfahrung nach so ein bisschen jein. Ich denke eher, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es hängt halt immer mit der Stärke oder der Schwäche einer dieser Währungen zusammen. Das heißt, wir können sehr gut und gerne erleben, dass beispielsweise der Euro schwach wird. Und das heißt, im Endeffekt hat das, wenn der Euro schwach wird, dann Impact auf den Chart vom Euro-britischen Fund. Aber wenn es halt der Euro ist, der schwach ist und im Bereich britischen Fund und US-Dollar gibt es keine Veränderung, dann hat das in dem Moment in meinen Augen keine Auswirkung oder muss keine Auswirkung auf das Währungspaar US-Dollar-britischer Fund haben. Wenn allerdings der britische Fund schwerer oder leichter wird, dann hat das Auswirkungen auf US-Dollar- bzw. Euro-Korrelation, also Zusammenarbeit dieser beiden Werte. Also ich sehe hier keinen direkten Zusammenhang, dass ich jetzt mal vergleichen würde, Euro, US-Dollar und britischer Fund, US-Dollar, diese Korrelation. Ich sehe es dann halt eher so, dass wirklich, wenn wir hier den Euro entsprechend anschauen oder den britischen Fund, dass hier die Stärken oder Schwächen der einzelnen Währung Einfluss auf das einzelne Währungspaar hat, aber nicht zwangsläufig auf eine ganz andere Währungskonstellation. Das ist das, was ich in dem Moment vom Verständnis her immer wieder so sehe und dass wir auch so entsprechend lesen können. Das heißt, wir können das auch sehen, wenn beispielsweise der US-Dollar schwächer wird, dass die meisten Währungen, die gleich bleiben, sich entsprechend verändern durch den US-Dollar. Das heißt beispielsweise US-Dollar-Yen, wenn der Dollar stärker oder schwächer wird, dann wird das Währungspaar US-Dollar-Yen stärker oder schwächer reagieren, aber beispielsweise das Währungspaar Euro-Yen muss da überhaupt nicht von in dieser Welle profitieren oder auch sich bewegen, nur weil das andere Währungspaar bei der US-Dollar jetzt stärker oder schwächer geworden ist. Gut, an dieser Stelle sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Das heißt, hier an dieser Stelle möchte ich sagen, danke für Ihre Zeit heute Morgen und wir sehen uns dann oder hören uns entsprechend morgen früh wieder. Diejenigen, die hier aus Sachsen zuschauen, dem wünsche ich morgen einen schönen Feiertag. Wir haben hier Busenbeet-Tag in Sachsen und allen anderen, ja, wir treffen uns morgen früh wieder hier und am Donnerstag gibt es dann auch ganz normal den Bericht. Freitag ist ein bisschen anders, müssen wir mal schauen, wie wir es umsetzen. Es gibt auf alle Fälle sehr schön wieder unseren Blog-Eintrag und dann gehe ich mal davon aus, dass wir das mit dem Internet, wenn ich auf Reisen bin, das ist ja in Deutschland immer so ein bisschen eine Sache, wie die Qualität vom Internet sein wird. Aber ich bin auf alle Fälle bei Ihnen. Wir haben Freitag auch die Messe und von der Seite her schauen wir mal, was wir da machen. Aber auf alle Fälle wird es eine feine Geschichte. Also auch am Freitag dann wieder ganz normal auf alle Fälle den Blog-Eintrag und die Internetsache. Gucken wir, wie wir es hinkriegen. Aber ich plane mal auch um 8.30 Uhr am Freitag wieder hier vor der Messe noch den entsprechenden, die entsprechende Handelsbesprechung der Ideen zu machen. Also allen einen schönen Tag, Holger, Ludger. Danke für die Wünsche und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel. Tschüss. 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 Tschüss.